Dein Hermes-Paketshop. Unser Service für Dich. Stefan und Lisa mögen Online-Shopping. Und sie mögen Manni, der mit seinem Hermes-Paketshop nur einen Katzensprung von ihnen entfernt ist. Bei ihnen können die beiden ihre Online-Bestellungen auch noch abholen, wenn es bei der Arbeit mal später wird. So verpassen sie kein Paket mehr. Sollten sie mit einer Bestellung mal nicht zufrieden sein, können sie sie bei Manni auch wieder abgeben. Aber auch private Pakete an ihre Familie oder Freunde können sie im Paketshop bequem verschicken. Und das Beste, dort können Stefan und Lisa auch direkt die dafür passenden Versandkartons kaufen. Sollte Manni mal im Urlaub sein, finden Lisa und Stefan über den Paketshop-Finder weitere Paketshops in ihrer Nähe. So können die beiden deutschlandweit über 15.000 Hermes-Paketshops finden und vom dichten Paketshop-Netz profitieren. Wichtig für Dich? Versand und Empfang von Paketen. Über 15.000 Paketshops deutschlandweit. Kundenfreundliche Öffnungszeiten. Kein langes Anstehen. Weil es Dir wichtig ist, ist es uns wichtig. Hermes